Kylian Mbappé spricht erstmals ausführlich über die schweren Vorwürfe gegen ihn. Dem Fußballstar wird eine Vergewaltigung in Stockholm vorgeworfen. In der Sendung »Klicke auf Kanal Plus« sagt er, überrascht und fassungslos zu sein. Er betont, die Klägerin nicht zu kennen und mit den Behörden kooperieren zu wollen. Seine Anwältin, Marie-Alex Kanu-Bernard, unterstreicht seine Unschuld gegenüber TF1. Kylian erwägt rechtliche Schritte wegen Verleumdung oder einer ausgedachten Straftat. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat sich zur Klägerin bisher nicht geäußert. Aktuell wird das Verfahren weiterhin von den Behörden untersucht. Trotz der Kontroversen bleibt Mbappé auf dem Spielfeld bei Real Madrid engagiert. Sein Klub zeichnete ihn kürzlich als »Spieler des Monats September« aus. Seine Leistungen stehen aber seit Wochen in der Kritik. Sein Trainer riet ihm eigentlich zu einem unauffälligen Urlaubsort. Doch seine Tage in Stockholm wurden von großer Medienaufmerksamkeit überschattet. Kylian versucht dennoch, persönliche Rückschläge zu meistern. Er verhält sich ruhig und reflektiert, auch wenn die Ermittlungen in Schweden andauern.